Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Wahr oder falsch? Ist die nachfolgende Geschichte wahr oder falsch? Schreibt es in die Kommentare. Los geht's. Ja, Han ist tot. Han Mike sollte eigentlich am 10. September 1945 in einem Kochtopf enden. Als ihm sein Besitzer Lloyd Olsen in den USA den Kopf abschlug, starb das Tier aber nicht und es brach auch nicht etwa aufgrund von lebensunabhängigen Reflexen nach angemessener Zeit zusammen. Nein, Mike lebte nach 18 Monaten weiter. Gefüttert und gedrängt wurde er mit Hilfe einer Pipette direkt an der Speiseröhre. Ob er nach den 18 Monaten doch noch in die Suppe kam, ist leider nicht überliefert. Das war die Geschichte. Was haltet ihr davon? Wahr oder falsch? Die Auflösung gibt es in exakt einer Woche. Wir sehen uns auf dem Zuschauen. Tschüss. Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit. Untertitelung des ZDF, 2020